Musik Und zwar habe ich jetzt ein Projekt gestartet in Sachen Gesundheit, Fitness und Ernährung. Und es wird auch zu diesen Themen in den nächsten Wochen ein Video folgen, also mehrere Videos folgen. Wo ich euch jedes Mal mitnehme, wenn ich mir was zu essen mache, also wenn ich mir mein Frühstück mache, wenn ich die Shakes mache, wenn ich, äh, genau, halt, wenn ich halt jedes Mal was Gründes mache, nehme ich euch mit. Und ich werde auch versuchen, euch beim Sport mitzunehmen. Wenn ihr mehr Interesse habt, also wenn ihr mehr wissen wollt über das Projekt oder selber daran interessiert seid, so ein bisschen fitter durchs Jahr 2018 zu gehen, dann, äh, ist einmal für euch unten in der Infobox mein Kanal verlinkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns die Tage wieder. Tschüssi! 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 Vielen Dank.